... ... Christoph ist hier mit seinem Trainer Dennis van Lock, der ihm alles beigebracht hat und immer noch beibringt über die Thai-Box-Technik. Der Luzern! Der Luzern! Der Luzern! stillen! Es ist einfach, du hast den Zählern. Geh rein, Junge! Junge, Junge, Junge! 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 Der Kampf ist vorbei. Und der Sieger hat seinen Joke ausgespielt. Christoph Prenze! Einblenden! Junge, Junge! En Luka, und Junge, und Junge! Eating? En Luka, end Luka! Das wird noch nicht dran! Das ist geg exp responds. Das ist geg arm auf Hend Position. El Nuka, El Nuka, En Luka, state die Assembly 현재! Und der Sieg rôle in der Hölle Schar similar außen Partner. Was ist denn? Ich würde mal nichts sehen und, dann kommt raus. Schock! Mach' schier jetzt schon! Ah! Nee, mach' stop' das! Nein, 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 nein! Eier, guter Schlagdinger! Eier, guter Schlagdinger! Mit dir den Herbst und Dank! Ja! Das war gut! Genau! Ja! Ja! Du bist richtig hier! Ja! Eier, guter Schlagdinger! Ja, guter Schlagdinger! Ja, guter Schlagdinger! Ja! Ja, guter Schlagdinger! Das ist der Stil! Das ist der Stil! Und mit 3 zu 0 Stimmen ging der Sieg in die blaue Ecke. Und mit 3 zu 0 Stimmen ging der Sieg in die Blaue Ecke.